Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Hier aus Karlsruhe mit den Jungs. Der andere ist hier. Kann sich das scheiße machen. Tschüss. Das ist auch nichts. Jetzt offen ich das. Hier ist es sehr schön. Musik Junge! Junge! Oh mein Gott! Leute, es ist gerade sehr windig. Ich habe gerade einen Flug für den OIP gezogen. Jetzt gehen wir weiter Richtung Business Street zu uns. Hallo Leute, wir sind gerade im zweiten Park. Wir wandern noch ein paar Tricks und danach fahren wir nach Stuttgart wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause von Karlsruhe. Das war ein schöner Tag für den Jungs. Und ja, auch drei Minuten.